Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei meinen Neuzugängen aus dem Februar. Ja, wir sind heute schon am letzten Tag des Monats angekommen und es ist mal wieder unglaublich, wie schnell der Monat doch herum war. Und ja, ich habe mir meine Liste für die Neuzugänge jetzt zusammengestellt. Ich führe das ja in der Excel-Liste und komme in diesem Monat auf 23 Neuzugänge. Ja, ich wollte ja eigentlich ein bisschen zurückhaltender sein, muss aber sagen, der Amazon-Indie-Monat, sozusagen die Self-Publisher-Angebote, ja, ich konnte da nicht widerstehen. Und ihr werdet sehen, da sind auch einige bei mir eingezogen. Insgesamt waren es sieben echte Anfassbücher, es waren 13 E-Books und drei Hörbücher sind bei mir eingezogen. Also eine schöne Mischung und sozusagen mein Vorhaben für 17 mehr E-Books zu lesen, was ja auch voraussetzt, dass man eben mehr E-Books sich zulegt, ist in diesem Monat auf jeden Fall erfüllt. Also ich bin sehr zufrieden. Ich stehe auch wirklich nur so vor einem kleinen Stapel Bücher, aber die meisten sind natürlich dann einfach digital. Und ich finde bei 23 Büchern, fangen wir jetzt einfach mal an, ich möchte ja auch ein bisschen was zu den einzelnen Neuzugängen erzählen. Der erste Neuzugang war die unsichtbare Heldin von Jackie Felgut. Das war im Grunde der Startschuss der Amazon-Indie-Self-Publisher-Monatsaktion. Dieses E-Book habe ich mir für, ich glaube, 89 Cent zugelegt. Und ja, ich bin ein großer Fan von Jackie Felgut, habe ja schon einiges gelesen. Sie war hier ja auch schon auf dem Kanal zu einem Hangout hier. Wer es nicht gesehen hat, ich packe sie mal, also den Hangout mit ihr, in die Infobox. Und ja, es ist der Auftakt der Superheldin-Trilogie. Wir erleben hier im Grunde eine Protagonistin, die eben zu einer Superkraft kommt, eben sich unsichtbar zu machen. Und ja, ich habe dieses Buch auch im Februar schon gelesen. Da könnt ihr dann gerne im Büchermonat gucken oder in der Bücherwoche dazu, was ich darüber erzählt habe. Es war natürlich einfach die Möglichkeit, den Auftakt der Trilogie günstig zu bekommen. Und deswegen durfte dann dieses Büchlein bei mir eins. Im gleichen Zuge dieser Amazon-Aktion ist eine tugendhafte Lady bei mir eingezogen von Megan Grace, hinter der niemand anderes steht als Sandra Neumann. Und ich bin auf dieses Buch aufmerksam geworden, da Laura Newman das Cover dazu gestaltet hat. Und ja, ich war einfach neugierig. Ich finde das Cover wirklich großartig. Und es ist eben so eine, ja, leicht historische Geschichte. Und zu diesem historischen Thema kommt dann eben auch noch eine Liebesgeschichte dazu, die wohl schon auch irgendwie leicht erotisch sein soll. Dementsprechend mal gucken, ob mir diese Mischung vielleicht mehr zusagt, als dieses ganze New Adult oder auch so etwas wie Shades of Grey. Und da bin ich einfach sehr, sehr gespannt. Und ja, ich finde auch Sandra Neumann eine super sympathische Autorin und habe mich hier gefreut, eben das Büchlein dann in dieser Aktion auch günstig zu entdecken. Dann ist bei mir eingezogen ein Thriller, und zwar Die Gerechte von Peter Swanson als Rezensionsexemplar. Und hier hat Paddy absolut geschwärmt. Und es ist eben, ein Mann trifft, ich glaube, in London einen Bahnhof, oder war es der Flughafen, an einer Bar, eine Frau. Und ja, er erzählt ihr eben, ja Mensch, meine Frau hat mich betrogen und er ist wohl auch irgendwie wütend und keine Ahnung was alles. Und ja, er rechnet jetzt nicht mit der Reaktion, die kommt, denn die Frau, mit der er hier was trinkt, sagt ihm, hey, wie wollen wir deine Frau umbringen? Und er weiß nicht, ob das ein morbider Scherz ist oder was sich da verbirgt. Ich bin sehr, sehr neugierig. Paddy hat mir wirklich sehr viel Lust auf dieses Buch gemacht, auf diesen Thriller. Und ich glaube, dass er jetzt auf jeden Fall dann auch im März gelesen wird. Dann ist bei mir eingezogen Elenas Rabe von AL Karnow. Hier kenne ich ja schon, zumindest habe ich das Buch schon da. Es beginnt diese dystopische Endzeit-Reihe. Und ja, ich bin von der Autorin angesprochen worden, ob das nicht auch ein Buch für mich wäre. Es handelt sich hier eben so ein bisschen um ein modernes Märchen. Und ich fand das Cover richtig schön. Ich mochte das Gespräch auch mit der Autorin sehr. Und ja, ich denke, dass das im März jetzt bei mir auch gelesen wird. Ich bin ja, wie man merkt, tatsächlich schon ein Fan von Self-Publisher. Man entdeckt da wirklich immer ein paar Perlen. Und bin hier wirklich gespannt. Das wird dann, denke ich, auch mein erstes Buch von AL Karnow werden. Und ich freue mich da wirklich sehr darauf. Dann sind wir schon in der zweiten Indie-Woche. Es geht hier Schlag auf Schlag. Also es war ja immer so, dass es jeden Mittwoch ab Mittag ein neues Potpourri an Büchern gab. Und so sind wir jetzt im Grunde schon in der zweiten Woche. Und es ist bei mir eingezogen Solarian von Tario. Mir hat der Autor leider noch gar nichts vorher irgendwie gesagt. Das ist aber auch der Auftakt einer Science-Fiction-Reihe. Ich glaube, mittlerweile noch alle Bücher schon da. Ist natürlich auch verkaufstechnisch sehr toll, so den ersten Band günstig anzubieten. Und wenn dem natürlich der Leser gefällt, dann kauft er sich natürlich auch Band 2 und 3 gegebenenfalls für einen anderen Preis. Bei diesem Science-Fiction-Buch befinden wir uns irgendwie im Jahr 2200 und irgendwas. Und es wird eben so ein bisschen dystopisch, denn die Erde ist zerstört. Und jeder, der genug Geld hat, kann sich im Grunde auf die Reise auf einen anderen Planeten machen und flüchtet im Grunde von der Erde. Und es soll eben nicht nur dystopisch und düster sein, sondern der Autor neigt wohl auch dazu, einen besonderen Humor an den Tag zu legen. Also auch witzige Dinge mit hineinzubauen. Und diese Mischung hat mich einfach angesprochen, dass man eine Dystopie nicht nur von der ernsten Seite sieht, sondern eben vielleicht auch den einen oder anderen, ich hoffe, guten Humor. Also Humor, finde ich, ist ja immer sehr schwierig, weil nicht jeder über alles lachen kann. Aber hier freue ich mich sehr darauf. Es klang einfach unglaublich spannend. Dann habe ich mir von Johanna Wasser Rainbowland geholt. Und ja, Johanna Wasser hat im Grunde eine Reihe geschrieben. Ich glaube, die sogar irgendwas mit diesem Rainbowland zu tun hat. Und das ist hier ein Drama um eine Autorin, die irgendwie eine Schreibblockade hat und nicht zu Podde kommt, den Abschluss ihrer Trilogie zu schreiben. Und hier im Grunde so ein bisschen eingepackt in ein Drama, in eine sehr gefühlvolle Geschichte. Und ich fand das super interessant. Denn es gibt eben diese Rainbow-Reihe oder Rainbowland-Reihe eben tatsächlich von der Autorin. Und wer weiß, vielleicht ist das ein bisschen autobiografisch. Ich freue mich sehr auf die Geschichte, bin sehr neugierig und war mal ein Genre, zu dem ich ja eher selten greife. Aber ich glaube, dass mich das wirklich begeistern kann. Ich weiß von Anita, einer lieben Zuschauerin, mit der ich auch schon das ein oder andere Buch gemeinsam gelesen habe, die sehr, sehr berührt von diesem Buch war. Und deswegen hat man da natürlich direkt noch mehr Lust drauf. Und dann ist ein Ratgeber bei mir eingezogen. 30 Tage Schreibchallenge von Tinkerbeere. Ja, manche wissen es ja, dass ich so ein bisschen den ein oder anderen Buchentwurf auf dem PC schon gespeichert habe. Und ich neige einfach immer mal wieder dazu zu sagen, jetzt machst du mal einen. Dieser fertig oder startest etwas ganz Neues. Aktuell schwirrt mir auch eine andere Idee mal im Kopf. Und ja, da möchte ich jetzt einfach mal diesen Ratgeber ausprobieren von Tinkerbeere, um zu gucken, wie bekomme ich das hin, da so eine Schreibroutine zu bekommen. Sie sagt auch, glaube ich, mit 10 Minuten am Tag, dass man da was dafür tut. Und dann bekommt man diese. Ich bin sehr gespannt auf ihre Tipps und Tricks. Und mal gucken, ob ich im März da anfange oder dann eher so, wenn es gegen Frühling geht, im April. Mal gucken, wie sich das zeitlich einrichten lässt. Bin ich auf jeden Fall auch sehr gespannt. Diese drei Bücher haben zwischen 89 Cent und 1,39 gekostet. Also wirklich absolute Schnäppchen. Und ja, ich finde, da kann man absolut nichts verkehrt machen. Dann habe ich mir das neue Buch von Kai Meier auf meine Audible-App geholt mit meinem Audible-Gutschein. Und zwar die Krone der Sterne. Ich muss gestehen, ich habe gar nicht so viele Infos mir zu diesem Buch geholt. Ich fand ja von Kai Meier diese Arkadien-Reihe damals unglaublich gut geschrieben. Die Seiten der Welt mochte ich nicht ganz so. Ich fand aber die Krone der Sterne klang mal nach etwas anderem, auch gerade aus seiner Feder. Und bin da einfach sehr neugierig, was er mir hier im Grunde zeigen wird, in welche Richtung es gehen wird. Und ich lasse mich ja gerne doch auch mal von einem Autor überraschen. Auch hier sind wir auf einem anderen Planeten und es soll sehr fantasyreich sein. Und es hieß irgendwo auch, wer sein inneres Kind behalten hat, wird diese Geschichte lieben. Und ich bin einfach sehr neugierig, diese Geschichte dann auch zu hören. Auch das nächste war dann ein Hörbuch, was ich mir für einen halben Gutschein geholt habe, den ich eben noch übrig hatte. Wir können alle sein, Baby von Julia Engelmann. Und ja, das habe ich im Februar auch schon gehört. Es ging etwas über eine Stunde. Und es ist eben dieses Poetry Slam, was ja vor Jahren gerade durch Julia Engelmann sehr bekannt wurde. Und ich glaube, sie war auch so ziemlich die erste, die daraus dann auch damals ein Buch gemacht hat. Das ist der zweite Band der Reihe. Und ich kann so viel sagen, es hat wirklich Spaß gemacht, es zu hören. Weil es ist natürlich wirklich so, als würde man Julia Engelmann auf der Bühne sehen, als würde man ihr dabei zuhören. Und die Atmosphäre ist natürlich sehr besonders und macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Und dann war auch schon der dritte Amazon-Indie-Festival-Tag. Meine Güte, wir hetzen hier durch den Monat. Und zwar habe ich mir das Erstlingswerk von Eric Kelln geholt. Und zwar Gezeitenzauber. Das ist der erste Teil einer Dialogie. Das heißt, es gibt hier auch noch einen zweiten Teil. Und ich liebe von Eric Kelln die Nimmerherz-Reihe. Und bin so gespannt auf seinen vierten Teil. Und liebe dieses High-Fantasy-Epos. Unglaublich. Und es ist wirklich ein großes, großes Kino. Also ich bin da echter Fan und kann das wirklich jedem High-Fantasy-Fan, der gerne auch E-Books liest, absolut empfehlen. Es gibt es natürlich auch bruschiert, aber das ist ja bei Self-Publisher dann immer im Vergleich relativ teuer. Und ich bin einfach hier sehr neugierig, was sich da verbirgt. Ich habe tatsächlich den Klappentext nicht gelesen, sondern habe nur Eric Kelln gesehen, Gezeitenzauber gesehen. Und gesehen, das ist der erste Teil, der Dialogie ist. Und schwupps ist es bei mir sozusagen im Warenkorb gelandet. So auch das nächste Buch, nämlich Paradox von Philip P. Peterson. Auch wieder Science-Fiction. Und wir sind hier wieder im Weltraum, in Galaxien unterwegs. Wir haben hier einen Astronauten-Thriller, der auch unglaublich gute Rezensionen und Sterne vergaben hat auf Amazon. Und ich merke, ich habe immer mehr Spaß an Science-Fiction. Und kehre zu diesem Genre immer mal wieder sehr, sehr gerne zurück. Und hier war dann auch noch so ein bisschen die Mischung, dass wohl ein bisschen Truman Schuh mit einspielt. Und ja, ich denke, dass das hier wirklich ein interessanter Thriller sein kann. Und ja, es hat mich einfach neugierig gemacht. Und deswegen durfte er dann mit. Hier hat Paradox 1,49 gekostet. Und Gezeitenzauber 1,19. Also auch absolute Schnäppchenpreis. Und ich fühle mich toll, dass das Amazon gemacht hat. Dann ist bei mir eingezogen als Rezensionsexemplar Red Rising, der dritte Teil von Pierce Brown, den wir jetzt auch im März lesen werden. Und hier sind wir ja auch Science-Fiction, dystopisch, endzeitmäßig gefühlt unterwegs. Denn wir sind im Grunde bei der Besiedelung des Mars dabei. Und wir haben hier Darrow, der sich in Bergwerken im Grunde abarbeitet. Und dann eben ja ein bisschen mit seiner Frau zusammen gegen das Regime sich auflehnt, mehr oder weniger. Er dabei zusehen muss, wie seine Frau im Grunde ja dann im Grunde gehängt wird. Und er sich dann eben mit Hilfe von ein paar anderen der Rebellion mehr oder weniger anschließt. Und dann eben von innen das ganze Machtzentrum unterwandern und zerstören möchte. Und es war ein genialer erster Band, ein unglaublich noch genialerer zweiter Band. Und ich freue mich jetzt sehr auf den Abschluss der Trilogie und bin total neugierig. Und ja, wer mitlesen möchte, ich packe die Lesegruppe einfach mal in die Infobox. Wir werden, glaube ich, jetzt am 7. starten, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und wer vielleicht schon Band 1 und 2 gelesen hat und 3 noch nicht, der kann sich da natürlich gerne anschließen. Und mit uns gemeinsam das Ende der Trilogie lesen. Dann ist bei mir eingezogen der Kuss der Lüge von Mary E. Pearson. Ebenfalls als Rezensionsexemplar ein Buch, das ja schon im Voraus sehr, sehr gehypt war. Weil es natürlich auch im englischsprachigen Booktube schon unglaublich oft in die Kamera gehalten wurde. Und man zum Glück das sehr schöne Originalcover auch übernommen hat, was ich wirklich sehr gelungen finde. Und das wird der Auftakt einer Reihe werden. Und hier geht es um Lea und sie ist die älteste Tochter im Königshaus Morrican. Muss ich mir rausschreiben. Und sie ist 17 Jahre alt und soll sich mit dem Prinzen verheiraten, den sie aber noch nie in ihrem Leben gesehen hat. Doch sie entscheidet sich wohl dann, ihr Leben hinter sich zu lassen und geht auf Flucht und heuert weit entfernt von ihrem Haus in einer Taverne an. Und dort lernt sie zwei Männer kennen, die sich sofort ihrer Aufmerksamkeit sicher sind. Doch was sie nicht weiß, ist, dass die beiden auf der Suche nach ihr sind. Und der eine soll sie eben töten und der andere ist der Prinz, den sie im Grunde versprochen war. Und das klingt nach einer wunderbar spannenden und hoffentlich auch wirklich gut erzählten Jugendbuchgeschichte, die mir vom Klappentext her echt Spaß gemacht hat, da zuzugreifen. Und ich hoffe, dass es nicht in einem extremen Dreiecksgewinde endet, was ja doch bei Jugendbüchern sehr oft der Fall ist. Ich hoffe, dass wir schnell erkennen, dass der eine der Mörder ist und ihn dann links liegen lassen. Und ja, freue ich mich aber sehr darauf und bin sehr gespannt, wie mir dieses Rezensionsexemplar gefallen wird. Dann war die liebe Susan im Februar ja bei mir. Es haben bestimmt einige mitbekommen, egal Instagram, Facebook. Wir haben ein Video zusammen gedreht, beziehungsweise eins auf meinem Kanal, eins bei ihr. Und sie hat mir ein Büchlein mitgebracht und zwar Underground von S.L. Grey. Ein Buch, das ja sehr verschiedenste Meinungen hervorbringt. Susan fand es persönlich nicht ganz so gut. Ich glaube, Laura Newman hat sehr geschwärmt und ja, genau diese Extreme gibt es gefühlt. Und wir haben hier ja, glaube ich, so ein bisschen Endzeit. Ein tödliches Grippevirus versetzt die Welt in Panik. Um zu überleben, begibt sich eine Gruppe Flüchtender unter die Erde in der abgeschatteten Welt eines Luxusbunkers. Glauben sie sich in Sicherheit. Doch der schlimmste Feind lauert bereits unter ihnen, denn sie sind sie selbst. Und das heißt hier, die Angst sitzt tief. Und man hat hier, glaube ich, verschiedenste Perspektivwechsel, von denen die Geschichte erzählt wird. Und es fühlt sich so ein bisschen komisch an, so gummimäßig. Irgendwie gefällt es mir vom Anfassen nicht. Aber ich freue mich, dass es mir Susan mitgebracht hat. Und ich werde es auf jeden Fall bald lesen und bin sehr gespannt, wie es mir dann gefallen wird. Und ja, ich finde auch das Cover, obwohl es sehr schlicht ist, irgendwie sehr, sehr cool. Also gefällt mir gut und ich bin sehr neugierig, wie mir dieses Büchlein gefallen wird. Dann war ich mit Susan auch bei uns in der Innenstadt unterwegs, unter anderem auch in der Thalia. Und ich habe ja noch so den ein oder anderen Thalia-Gutschein. Und ja, da ist ein High-Fantasy-Epos bei mir eingezogen, beziehungsweise der Auftakt dazu. Und zwar das Lied der Dunkelheit von Peter V. Brett. Ja, es ist ein absoluter Wälzer und wird gehandelt als Epos, das den Weltrang des Herrn der Ringen ablaufen könnte. Und es heißt hier, manchmal gibt es gute Gründe, sich vor der Dunkelheit zu fürchten. Ja, geschwärmt hat der liebe Thorsten davon. Und ich habe auch schon so manches Gutes über dieses Buch gehört. Ich weiß auch gar nicht, warum ich noch gar nicht zu diesem Buch gegriffen habe. Ja, manchmal weiß man es nicht so richtig, ne. Obwohl es ja High-Fantasy-technisch absolut toll sein soll. Es ist ja auch eine wunderschöne Karte mit enthalten. Und ja, kostet 15 Euro. Wie gesagt, ich habe einen Gutschein dafür eingelöst. Und es sind, glaube ich, aktuell vier Teile erschienen. Und ich weiß gar nicht, glaube ich, kommt noch ein Fünfter, wenn ich mich nicht täusche. Ich weiß auch gar nicht, ob noch ein Sechster geplant ist. Aber aktuell gibt es, glaube ich, vier. Das Lied der Dunkelheit. Das Flüstern der Nacht. Die Flammen der Dämmerung, der Thron der Finsternis. Und ja, ich freue mich drauf. Gerade, weil auch Thorsten so geschwärmt hat. Und ich liebe High-Fantasy. Ich merke immer wieder, wie gerne ich in diese Genre eintauche. Und das klappt mit einem Wälzer natürlich sowieso am besten. Und freue mich, dass dieser Gutschein dann sozusagen gut angelegt war in diesem Wälzer. Obwohl man natürlich so einen Wälzer auch gut als E-Book vielleicht lesen könnte. Das sollte aber... Ja, das ist jetzt so. Dann durfte ich Buy Avel bestellen. Ich habe ja dazu auch schon ein kleines Video. Hochgeladen und habe ja da einen Gutschein bekommen in einer Kooperation. Und zeige euch die Bücher natürlich trotzdem noch einfach mal kurz, weil sie ja einfach zu den kompletten Neuzugängen gehören. Werde jetzt aber nicht allzu viel dazu sagen. Wer mehr zu den einzelnen Büchern wissen möchte, der guckt in die Infobox. Ich packe das extra Video mit rein. Aber es gehört natürlich einfach jetzt hier in dieses Video dazu. Und zwar einmal Markus Heitz' Excarnation. Krieg der alten Seelen. Ein Thriller. Ich habe ja schon ein paar Bücher von Markus Heitz gelesen, habe dann irgendwann aufgehört, seine Neuzugänge, Neuerscheinungen zu verfolgen und möchte jetzt einfach mehr Markus Heitz wieder lesen. Denn auch Laura Newman schwärmt unglaublich davon und auch eine liebe Freundin von mir, die jetzt nicht auf Booktube oder so unterwegs ist. Und ich bin einfach mega gespannt und freue mich da drauf. Es geht eben hier so ein bisschen um diese Art Seelenwanderung, dass hier eine junge Frau stirbt, umgebracht wird, ja überrollt wird von einem Auto und sie stirbt an Ort und Stelle, sieht aber noch, wie ihr Mann überfallen wird und kann dann aber eben einen Seelentausch irgendwie machen oder in einen anderen Körper eintauchen und findet sich dann in einem Körper wieder von einer jungen Frau, die im Grunde Selbstmord tun möchte. Und ja, klingt spannend, aufregend. Es gibt, glaube ich, auch einen zweiten Mann, der auch schon herausgekommen ist und finde ich sehr, sehr gespannt, was Markus Heitz hier so zaubert. Dann ist auch von Markus Heitz bei mir eingezogen, Ära, die Rückkehr der Götter. Und hier geht es eben, ja, um die Rückkehr der Götter, denn alle kommen irgendwie wieder, außer der Gott, der hinter, ich glaube, dem Judentum, dem Christentum und der Moslem steht. Und wir haben hier einen Interpol-Ermittler, der Atheist geblieben ist. Und ja, er möchte natürlich hier mal gucken, was so für Fälle auf dieser Welt so los sind. Und er jagt eben Diebe, die religiöse Artefakte aus den verschiedensten Kulturen klauen und mitnehmen. Und es gibt ihr eben auch ein Rätsel zu lösen und ich bin total neugierig. Also es klingt total cool und spannend und es heißt hier auch so schön, der Meister der Mythen erschafft eine neue Welt. Ich bin sehr gespannt, ob mich Markus Heitz damit packen kann. Dann ist ein neuer Mousseau bei mir eingezogen, Lass mich niemals gehen. Ich habe ja Mousseau im letzten Jahr für mich entdeckt, habe drei Bücher gelesen, und ich glaube, drei Bücher auch noch auf dem Sub, wenn es nicht vier sind, mit oder ohne dem, ich weiß es jetzt gerade nicht mehr. Und ich möchte auf jeden Fall in diesem Jahr ganz viele Mousseaus lesen, denn ich mag seinen Stil unglaublich gerne und habe echt viel Spaß beim Lesen. Und hier geht es um Liebe und Freundschaft und ob man eben Fehler der Vergangenheit korrigieren kann. Und ja, die Cover, muss ich eigentlich sagen, gefallen mir von den Mousseau-Büchern immer nur so semi. Eigentlich sind sie ganz schön, aber sie passen nie zu der Geschichte von Mousseau. Man soll sich da also nicht abschrecken lassen, denn die Geschichte ist eine ganz andere. Dann, ja, ein weiteres Buch. Es waren auch alles bisher Bücher von der Wunschliste. So auch jetzt das, was noch kommt. Und zwar Blätterrauschen von Holly Jane Raylands. Hier taucht auf einmal ein junger Mann bei einer Clique in der heutigen Zeit auf und hat eine Zeitreise gemacht und versteht noch nicht ganz, dass er nicht in einem Spiel ist, sondern in der tatsächlichen Vergangenheit oder was die tatsächliche Zukunft. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Ach, genau, in die Vergangenheit gereist ist. Und ja, sie geraten jetzt alle zusammen irgendwie in eine gefährliche Zeitschleife. Und ich mochte von der Autorin schon Everlasting. Das war auch ein Zeitreiseroman. Bin jetzt sehr gespannt, was diese Geschichte für mich bereithält. Bin ich sehr neugierig. Freue ich mich sehr darauf, dass es das bei Avel gegeben hat. Und dann ist noch ein Wälzer bei mir eingezogen. Ja, eine komplette Trilogie in einem Band. Und zwar Traveller im Auge des Bösen von John 12 Hawks. Auch hier haben wir im Grunde so ein bisschen wie eine Art Zeitgeschichte. Beziehungsweise geht es hier eben um zwei Brüder, die unterschiedliche Wege eingehen und dann eben so einen großen, ja, Verschwörungs-Thriller-Krieg ausbricht. Und das heißt ja auch, ein Packen der Verschwörungs-Thriller über eine völlig überwachte Welt, in der die Zukunft bereits begonnen hat. Und ja, finde ich unglaublich spannend. Also es sind, wie gesagt, drei Wälzer in einem. Und ich bin mega gespannt auf diese Geschichte. Ich habe das Buch schon eine ganze Weile auf dem Wunschzettel gehabt. Zumindest den ersten Teil natürlich, weil ich neige ja nicht dazu, mir eigentlich eine Trilogie zu kaufen, wenn mir der erste nicht gefällt. Ich weiß noch nicht, ob man das tatsächlich als drei Bücher irgendwie unterscheiden kann innerhalb des Buches. Das habe ich mir noch nicht angeguckt. Ob dann irgendwann drin steht, das ist das Band 2 oder Teil 2 oder irgendwie, oder ob das so jetzt ein Wälzer ist. Das werde ich auf jeden Fall dann beim Lesen sehen. Freue ich mich auf jeden Fall sehr, dass ich diese Schätzchen bei Abel entdeckt habe. Dann wurde ich angefixt von so manchem auf Booktube von Thomas T. Mayer. Und zwar habe ich mir als Audible-Hörbuch Evolution geholt, den ersten Teil, weil mir hier auch die Hörprobe sehr gut gefallen hat. Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich kenne von Thomas T. Mayer eher die Erwachsenen-Romane. Dieses Magma und wie auch immer die alle geheißen haben, die habe ich vor Jahren gelesen. Ich erkannte auch den ersten Teil von dieser Eden-Reihe, der mir persönlich nicht ganz so gut gefallen hatte. Also er war okay, aber jetzt nicht so spannend, dass ich weiterlesen wollte. Und nun dann eben Evolution, wo es eben auch, glaube ich, aktuell jetzt den zweiten Teil gibt. Und der erste Teil trägt dann noch den Untertitel Die Stadt der Überlebenden. Und wir haben hier ein paar Jugendliche, die als eine Austauschgruppe in den USA unterwegs sind. Und ihr Flugzeug landet dann in Denver. Doch als sie dort eben Not landen, wird schnell klar, dass die Welt, wie sie sie kannten, irgendwie nicht mehr da ist. Dass, ja, die Flugbahn ist überwuchert, der Terminal, Menschen verlassen und überall lauern Gefahren. Sogar die Tiere scheinen sich gegen sie verschworen zu haben, was da bloß passiert ist. Und man erfährt dann eben, dass es einen Kometen-Einschlag gegeben hat, der die Welt verändert hat. Und ist, glaube ich, im letzten Jahr rausgekommen, jetzt dieses Jahr der zweite Teil. Finde ich spannend und ich mag ja so Endzeit-Science-Fiction-Geschichten. Von daher hat mich Thomas Thiemeyer damit bekommen, nachdem eben auch ein paar Leute davon geschwärmt haben. Dann waren wir auch schon am letzten Mittwoch unterwegs beim letzten Amazon-Indie-Festival. Und da sind zwei Bücher bei mir eingezogen. Zum einen der Debütroman von Annika Bühnemann auf die Freundschaft. Hier haben wir eine Frau, die sich von ihrem Mann trennt, weil er sie, glaube ich, betrogen hat. Wenn ich mich nicht irre, und die nach Hause zurückkehrt, nach Deutschland, zu ihren früheren Freundinnen findet. Und wir hier eben so ein bisschen Alltagsleben haben. Kinder, Ehemänner, Jobs, Haushalt. Und ich stelle mir hier einfach einen lustigen Frauenroman vor, der sich eben so mit den Problemen und Nöten von jungen Frauen beschäftigt. Oder ich glaube, die Damen sind auch schon ein bisschen in meinem Alter. Trotzdem sind wir natürlich noch junge Frauen. Und es dann eben wohl die Entscheidung geben wird, ändert sich mein Mann oder kann ich tatsächlich noch meine neue große Liebe irgendwie wo finden. Was ich super spannend finde und mich freue auf diese, ja, vielleicht etwas leichtere Kost, bei der man einfach lachen und schmunzeln kann und Spaß haben kann. Und dann ist bei mir mein erstes Self-Publisher-Thriller eingezogen von Anna Engel, Das Wasser. Und man hat hier auch so ein bisschen eine Verschwörungsthriller. Dann ist es ein Mann unterwegs in Richtung Vatikan und er soll hier eben mit einer Chemiekeule das Wasser verseuchen. Allerdings verunglückt er mit seinem Auto. Das Gift fließt eben in ein naheliegendes Gewässer und damit ist ein ganzes Dorf irgendwie bedroht. Und die Menschen verändern sich dann eben auch. Sie sind von einem Virus infiziert. Und wir haben eben hier verschiedene Familien, die aus diesem Dorf noch rauskommen wollen, die scheinbar immun sind gegen dieses Gift und die sich aber hier einfach gefahren, überall lauern. Menschen, die böse sind. Und ich bin hier sehr neugierig, sehr gespannt, was dieser Thriller, ja, so zu bieten hat. Hat mich irgendwie angesprochen, hat auch sehr gute Sternebewertungen. Und ich denke, mit einem Verschwörungsthriller kann man bei mir eh nie so allzu viel falsch machen, wenn er gut geschrieben ist. Und beide Bücher sind für 89 Cent bei mir eingezogen, was eben einfach wirklich Schnäppchen sind. Ja, und das waren sie jetzt auch schon, die 23 Bücher. Also ich finde wirklich ganz, ganz tolle Bücher dabei. So manches wurde ja auch schon gelesen. Das seht ihr dann natürlich im Büchermonat oder habt es auch schon in den Bücherwochen gesehen bei mir. Und ich bin wirklich sehr froh, dass diese Bücher bei mir eingezogen sind. Und ja, ich wiederhole gerne nochmal die Worte von Anita, die gesagt hat, E-Books zählen ja nicht, denn sie liegen ja nicht tatsächlich vor einem im Regal. Aber ja, dementsprechend durften es in diesem Monat ein paar mehr E-Books sein. Ich fand diese Aktion von Amazon wirklich großartig, dass überhaupt dieser Monat ausgerufen wurde. Das gibt es ja tatsächlich schon länger, dass der Februar der Indie-Monat ist. Aber dass eben hier wirklich viele Autoren auch die Möglichkeit bekommen haben, durch die sehr günstigen Preise so als Werbeaktion auf sich aufmerksam zu machen, wie ihr seht, ist das bei mir ja auf jeden Fall geglückt. Und es hat wirklich Spaß gemacht, sich an diesen Mittwochen immer so ein bisschen durch das Programm zu scrollen und zu gucken, was einen anspricht. Das ist manchmal mehr auf der Wunschliste gelandet, als dann tatsächlich bei einem eingezogen ist. Weil ich meine, man muss ja auch realistisch sein, ob man diese Bücher dann überhaupt noch irgendwann liest. Bestimmt. Aber ja, in dem Sinne waren es doch tatsächlich ganz, ganz viele E-Books. 13 E-Books finde ich wirklich großartig. Freue ich mich drauf und freue mich dann natürlich auch, die Bücher zu lesen. Vielleicht ist ja das ein oder andere Buch auch bei euch neu eingezogen oder ihr kennt es vielleicht schon gerade bei den etwas älteren Büchern. Würde ich mich natürlich sehr in den Kommentaren freuen, wenn ihr dazu ein bisschen was erzählen wollt. Und ich danke euch nun fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.